Pflanzen im Raum, Kochen, Duschen und Wäsche aufhängen sind nur einige der Feuchtigkeitsquellen die durch die Raumnutzung entstehen. Viele Menschen wissen deshalb auch, dass richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel und zum Schutz der Bausubstanz besonders wichtig ist. Beim Lüften versuchen wir, die Luft im Raum zu entfeuchten, indem die im Raum befindliche mit frischer Luft von draußen ausgetauscht wird. Dies birgt die Gefahr einer unkontrollierten Lüftung. Ist die Außenluft feuchter, als die Luft im Raum, kann es passieren, dass noch mehr Feuchtigkeit in den Raum gelangt. Das kann bereits nach kurzer Zeit zu Schimmel und Schäden an der Bausubstanz führen. Durch moderne Baukonzepte und Sanierungsarbeiten werden die Gebäudehüllen immer luftdichter. Ein natürlicher Feuchtigkeitsaustausch findet nicht mehr statt. Bereits in der Planungsphase sollte ein Lüftungskonzept erarbeitet werden, das eine physikalisch richtige und bedarfsgerechte Raumentfeuchtung ermöglicht, um gesundheitliche Probleme und Schimmelschäden zu vermeiden. Mit der Klimasteuerung KST 20 haben wir bei Ziele eine passende Lösung für diese automatische, klimageführte, kontrollierte und bedarfsgerechte Raumentfeuchtung entwickelt, die auch nachträglich installiert werden kann. Die Einsatzgebiete der Klimasteuerung sind vielseitig. Zum Beispiel In Garagen In Lagerräumen und Archiven In Museen, wo ein konstantes Klima besonders wichtig ist In Kirchen und anderen sakralen Gebäuden, sowie vielen weiteren Anwendungsmöglichkeiten Durch diese Methode ist eine automatische, klimageführte, bedarfsgerechte und kontrollierte Entfeuchtung des Raumes zu jeder Tag- und Nachtzeit sichergestellt. Gehenüber anderen Lösungen errechnet die Klimasteuerung KST 20 die absolute Luftfeuchtigkeit als Vergleichsgröße, da nur die absolute Feuchtigkeit den tatsächlichen Feuchtigkeitsgehalt in der Luft widerspiegelt. Wir nennen das Messprinzip AH-Controlled. Dies wird abgeleitet von der englischen Bezeichnung Absolute Humidity. Dazu wird die relative Feuchtigkeit und die Temperatur im Raum sowie in der Außenluft permanent über präzise Klimasensoren gemessen. In der Folge können drei Szenarien abgeleitet werden. Ist die absolute Feuchtigkeit im Außenbereich geringer als im Innenraum, werden die angeschlossenen Aktoren aktiviert. Daraufhin erfolgt ein automatischer Luftaustausch, der trockenere Außenluft in den Innenraum einbringt. Die Feuchtigkeit sinkt, und es stellt sich ein Entfeuchtungserfolg ein. Bei einer höheren absoluten Luftfeuchtigkeit im Außenbereich, wird die Lüftung der Räume nicht aktiviert, um die Raumluft nicht zusätzlich feuchter zu machen. Dies kann vor allem in den Sommermonaten der Fall sein. Da die warme Luft oft auch eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweist. Wenn der gemessene Unterschied zwischen der Innenraumluft und der Außenluft nur sehr gering ist, oder die Werte gleich sind, bringt ein Lüftungsvorgang ebenfalls keinen spürbaren Entfeuchtungserfolg. Um die Klimasteuerung KST20 noch besser zu machen, verfügt diese über verschiedene Komfortfunktionen und einstellbare Regelparameter. Die Frostschutzfunktion verhindert das Auskühlen des Raumes an kalten Tagen durch eiskalte Luft von außen, indem die Lüftung zu dieser Zeit nicht automatisch startet. Die Trockenschutzfunktion stellt sicher, dass die Luftfeuchtigkeit im Raum auf einem gesunden Niveau bleibt. Um Energie zu sparen, kann sie zur Erreichung einer Ziel- bzw. Wunschfeuchte verwendet werden. Neben den Komfortfunktionen besitzt die Klimasteuerung außerdem eine clevere Anschlusstechnik. Die Steuerung besitzt zwei 230 Volt bzw. 0-10 Volt Schaltausgänge, mit denen gängige Aktoren angesteuert werden können, z.B. Drehzahlgesteuerte Ventilatoren, Jalousieklappen, elektrische Fensteröffner, Trocknungsgeräte und Luftentfeuchter, einstufige Ventilatoren sowie zweistufige Ventilatoren. Mit einer Klimasteuerung von CELA sparen sie nicht nur Energie, sondern schützen gleichzeitig auch die Umwelt sowie ihren Geldbeutel. Wenn auch sie energieeffizient lüften wollen, kontaktieren sie uns jetzt. Unser Vertriebsteam freut sich auf ihre Anfrage. Untertitelung des ZDF für funk, 2017